Ich bin fleissig, zielorientiert. Was mich antreibt, ist die Leidenschaft, die ich am Schwimmen habe und auch die Freude, die es mir macht. Paralympics ist schon ewig ein grosser Traum für mich und auch ein Ziel. Das Wassergefühl ist tatsächlich verschieden. Es gibt Impulse, wo man findet, das ist richtig gut, da kann man gut dran ziehen. Oder es gibt auch etwas hartes und weiches Wasser, wo man auch je nachdem besser dran ziehen kann oder wo es strenger ist zum Schwimmen. Also dort haben Schwimmer wirklich viele Unterschiede. Wenn jetzt die Motivation mal ein wenig kleiner ist, ist es für mich keine Frage, ich gehe nicht. Sondern ich mache es einfach, auch wenn es mal nicht so gut läuft oder mühsam wird, einfach dran bleiben. Irgendwann ist es trotzdem wieder besser. Ja. 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 Ja.